So, wir sind zurück im Street und diesmal gibt es ein neues Auto. Wir dürfen einen Mercedes pilotieren. Wird für mich auf jeden Fall echt mal so eine ganz neue Erfahrung, weil ich normalerweise in gar keinem Spielen auch nur annähernd so Autos fahre. Du hast gute Chancen auf den Sieg, aber ich möchte, dass du vor ihr landest. Selbst wenn ich mir ein Taxi rufe, achte ich darauf, dass es kein Mercedes wird. Na gut, also wir sind jetzt hier im neuen Renntaxi. Unterwegs, diesmal für Kicker. Und ja, mal schauen, was da draus wird. Wir gehen direkt ins Rennen, machen direkt alle beiden Rennen, zeichnen wir auch auf und ja, mal gucken, wo es mit dem Hobel hingeht. Wir gehen vom 11. Startplatz ins Rennen. Na ja, also anhören tut er sich schon mal, als wenn der Auspuff kaputt wäre. Der Traktor von unserem Nachbarn hört sich genauso an. Erster Kontakt. Ah, ne fahrende Badewanne wieder, du. Mann, Mann, Mann. Ja, irgendwie passt der Motoren-Sound mal. gar nicht zu dem Auto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nee, also der Sound, sorry Leute, das war ein Griff ins Klo. Ja, auf jeden Fall für mich wieder ein gefundenes Fressen, um abzulästern. Nee, geht gar nicht. Du fährst mit dem Feld mit. Äh, ist schon wieder die gleiche Stelle. Ja, gut, 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 gut. Das war's für heute. Also mit dem Sound kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ey. Auto lässt sich auch nicht so wirklich schön fahren. Ne, ich wäre lieber den Audi gefahren. Der Hobel hier, das geht ja gar nicht. Ne, nicht nochmal so weit hier. Also das Modell hier. Ist doch eher ein Sonntagsauto für Opa und Oma. Ey, ist ne Katastrophe. Da ist auch nix mehr zu holen. Starke Leistung. Du hast deinen Event-Rivalen geschlagen. Ach, Bullshit. Ne, also... Da muss man was ändern. Gefällt mir nicht. Gucken, ob das nächste Rennen besser wird. Aber so vom Fahrgefühl... Es fühlt sich nicht richtig an. Oh je, jetzt auch noch Dubai. Na, Prost-Mahlzeit. Na, mal gucken, was geht. Was, da ist ein BMW dabei und ich muss hier die komische Taxi-Schlüssel fahren. Boah, skandalös. Ach, Mist. Warum darf ich denn nicht den BMW fahren, verdammt... Oh, Jungs, ey. Ja. Bebremst verliert. Oh, Jungs. Uff. Oh, 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 oh. So schnell kann ein Rennig zu Ende gehen. Hey! Starke erste Runde, du liegst in Führung. Mal bei dem Traktor hier mal die Spuren geben. Ich habe deinen Tietkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Das war's für mich. In diesem Rennen die schnellste Runde. Oh, 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 oh. Oh, Junge, 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 Junge. Ist auf jeden Fall kein Auto, wo ich mein Autorennen fahren sollte. Man kriegt ja echt das Gefühl, als wenn man da, weiß Gott, wie viele Kilos bewegen muss. Boah. Einweilchen knabbern. Toller Sieg. Tolles Ergebnis. Dieses Rennen bringt uns in der Teamwertung nach vorne. Ja, ganz bestimmt. Auf jeden Fall super schwer. Nicht ganz mein Fall. Also, ich meine, gut, ich bin sowieso kein Freund von Mercedes. Das ist ja nur kein Geheimnis. Aber das Auto, ne. Also, da bin ich bessere Autos schon gefahren hier in Grit. So, das war es erstmal für heute. Morgen schauen wir uns auch wieder ein anderes Auto an. Als nächstes gibt es nämlich den, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht. Ich weiß, es gibt ein anderes Auto, aber es schlacht mich tot. Keine Ahnung welches. Aber das sehen wir dann im nächsten Video. Also, bis dann.